Musik So liebe Kuscheltiere, hier ist wieder der Tierfreund, das Magazin für Kuscheltiere und lebende Tiere im Zoo. Heute hat uns Albert folgende Geschichte mitgebracht. Da sind noch mehr. Das ist lustig. Der eine, der liest da hinten in der Affenzeitung, glaube ich. Es tut mir ein bisschen leid, dass Sie hier drin sein müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, das Gehege ist wenigstens noch groß. Musik Ja, da habe ich Socke. Ja, du guckst aber schon komisch. Ich sag vielleicht besser hier raus. Jetzt macht er ein Tier sehen, das irgendwie komisch aussieht. Guckt mal hier. Musik Das ist ein Schabrackentapir. Das ist ein Schabrackentapir. Musik Ein Dickpopotapir. Musik Ich geh mal weiter. Musik Musik So, zum Abschluss meiner Runde durch den Zoo bin ich jetzt hier bei den komischen, äh, was sind das? Kamele. An den Kamelen angekommen. Ähm, die dürft ihr nicht verwechseln mit Tromedaren. Die haben nur noch einen Hücker. Das sind Kamele. Musik Musik Ich glaube auch, dass die gar nicht so doof sind, wie man manchmal sagt. Musik Ja, ein bisschen komisch guter Schein. Musik Musik So, so, so geht's im Zoo zu. Das war ja mal wieder interessant. Und in 14 Tagen gibt es schon wieder die nächste Folge von der Tierfreund. Das Magazin für Kuschetiere und lebende Tiere im Zoo. Bis dahin. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Musik